Mich treibt an, dass ich Köln antreibe. Ich heiße Natalia und bin Stadtbahnfahrerin bei der KVB. Mit rund 400 Bahnen und 300 Bussen bewegen wir jeden Tag hunderttausende Menschen durch Köln. Das macht die KVB zum Herzschlag der Stadt und uns zum Team Herzschlag. Der Beruf ist genau mein Ding, weil er jede Menge Abwechslung bietet. Auch, weil ich regelmäßig auf unterschiedlichen Linien fahre und immer wieder Sachen passieren, die kannst du dir nicht ausdenken. Als Kölnerin macht es mich mega stolz, meine Heimat mobil zu machen. Außerdem liebe ich die technische Seite meines Berufs. Die Verantwortung ist auch toll. Ich meine, ich bewege mit meiner Bahn bis zu 400 Menschen. Das ist schon krass. Und wenn ich mal nicht mit der Bahn fahre, nehme ich den Bus. Ich bin Stefan und arbeite als Busfahrer bei der KVB. Sobald ich am Steuer sitze, bin ich mein eigener Chef. Da quatscht mir keiner rein. Trotzdem bin ich nie alleine. Wenn mal irgendwas ist, bin ich sofort mit der Leitstelle in Kontakt. Und dann macht mir das Fahren super viel Spaß. Vor allem, wenn es ein bisschen tricky wird. Schon als kleiner Junge habe ich davon geträumt, mal mit so einem riesigen Schlitten zu fahren. Übrigens ist das auch ein super Job für einen Quereinstieg. Nach nur wenigen Monaten kannst du schon ans Steuer. Und das bei vollem Gehalt ab dem ersten Tag. Noch mehr Freude macht mir der Job, wenn ich mit einem unserer nagelneuen E-Busse unterwegs bin. Bis 2030 ist die ganze Flotte elektrisch. Da freut sich auch die Umwelt. Als Herzschlag der Stadt sind wir eben auch am Puls der Zeit. Wir sind das Team Herzschlag. Bist du dabei? Jetzt bewerben! www.kvb.köln.karriere